Also willkommen bei Twitch Clips Germany, lasst ein Like da und noch andere Sachen. Wenn ich den jetzt hier halbiere, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, dann halbiert er wirklich die Voxel. Erich, predictiv... OUT OF CONTROL jetzt! Are you fucking ready? Roses are red. Wir haben hier einen handelsüblichen Apfel. Was zum Fick hat der damit? LOL! Wie hab ich denn das gemacht? Und ich glaube, nach dem heutigen Tag werde ich es nochmal zu Hause selbst machen. Das sehe ich genauso. Oh Gott, glaube ich auch. Du ey, wenn man mit uns gekocht hat, dann ist das eine ganz natürliche Reaktion, dass man es nicht zu Hause selber macht. Oh, guck. Das ist die Gefahr. Ich hab gerade überlegt, ob ich hierhin gehe, um diesen Springer anzugreifen. Aber was wäre die Gefahr gewesen? Hier, Grundlinienmatt, Leute. Wäre nicht das erste Mal, dass ich drauf reinfalle. LOL. Aber... Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachen ihn gestinkt auf der ganzen Welt. LOL, was ist mit unseren Beinen? Gathos macht extrem Yoga hier, oder? Held, da. Und, was ist mit dir passiert? Nein, ich hab beide Wachen reingewochen. Alles das allows wird. Nein! Jörg, jörg! Nichts, Snook! What? What? Also das Game sah gut aus, aber hat sich so komisch im Herzen angefühlt. Also sind wir ehrlich? Sind wir alle einfach mal eine Sekunde ehrlich? Es gibt einfach Pokémon, die haben es verdient, dass man über eine Shotgun in die Fresse schießt. Wo ist der Deckel? Der Deckel ist weg. Der Deckel ist weg. Nein, Tomaten mag ich nicht. Nein, Tomaten mag ich nicht. Meine Devise ist, Tomaten gehören in den Garten. Tomaten kommen mir nicht auf den TI-Tomaten. Schau, das Ding ist immer, die Leute sagen immer, ähm, die Leute sagen immer, aber magst du Ketchup? Ich mag auch Kuchen, aber Mehl esse ich so auch nicht. Ketchup! Kinder geben einem so viel zurück. Okay, ich warte drauf. Nein, es ist Spaß. Ich liebe meinen Knirps, alles gut. Ich habe nur gesagt, ich fühle mich alt. Ich wäre aber auch später Vater geworden. Vielleicht ein bisschen früher loslegen sollen. Aber ich musste warten, bis meine Frau volljährig... So! Oh, ich habe einen Feuerpfeil. Oh, lass uns was anzünden. Auf diesen Baum. Let's go. Let's go. Oh, ich brenne. Oh, ich bin tot. Ich glaube, das habe ich verdient. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Sie hat mich verraten. So ein bisschen wie ein Prince of Persia und genauso wie ein Prince of Persia oder anderen Spielen von dieser Art, äh, Another World oder so, kann man halt sehr leicht sterben. So eine Scheiße, direkt am Anfang. Ein Schwingerangriff. Ein Schwinger, nicht ein Zwinger. Ein Zwingerangriff wäre auch sehr witzig. Cringe, wer sich bei solchen Spielen erschreckt. Ach, Rory. Als Spooky und Puschel liegen hatten, hier genau da saßen die, wo die sich das erste... Das war dein... Linksfinger. Woah! Hä, bin ich... Oh, ist drin. Ist drin. Eins. So. Gott, ist das bescheuert. Gott, ist das bescheuert. Du meinst den Film, dachte ich. Wie nicht bewusst. Der ist nicht mein Genre irgendwie. Keine Ahnung. Nee, ich habe gewichst nebenbei. Dann lasse ich immer Kinderserien laufen, dass ich unschuldig wirke. Nee, ich habe... Das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Hä? 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 Du musst doch immer so klein wie Kompäden es denken. Was ist denn die Verniedigung von Zacken? Rutschen? Hä? Was?! Wie? Es tut mir leid! Bitte? Nani? Bitte? Bitte? Wie bitte? Bitte bitte? Ich muss immer an die Verdichtliche und vorzacken. Das tut mir leid! Das tut mir so leid! Oh mein Gott! Du machst deine Zigarette? Rauchen ist gefährlich! Bitte weisen! Probieren Sie mal! Erzählen, ich habe die Männerkrippe. Das ist sehr gefährlich. Echt? Oh mein Gott! Ich würde sagen, mein Loch ist aufgeleiert. Die Buchse! Habt ihr oft Bildruckler? Oft Bildprobleme? Oder läuft alles? Bisher bin ich im grünen Bereich. Ich glaube wir können heute Horizons zocken. Ich werde nachher noch Clips anmachen und zusammenschneiden. Macht es! Ich möchte mal gegen wen spielen, der mich nicht nur verprügelt. Gegen mich! Aber alle verprügeln! Oh! Nein, ich meine, das ist doch das Spiel! Der Wort aus der Ecke! Nein! Das ist doch ein Prügelspiel, meine ich! Oi, oi, oi! Können wir die Pussy streicheln? Geh weg da! Okay! Oder raus mal! Ihr wolltet ein Emote machen? Das fühlt sich so falsch an. Ich mache noch zwei rein. Die fallen einfach immer wieder raus. Meine Nasenlöcher sind zu dick. Ich brauche die großen Smarties. Hier passen glaube ich noch mehr rein, Leute. Oh Gott! Oh, die sind alle hier! Ähm, jetzt habe ich ein kleines Problem. Brrr! Ähm, ich kann euch nicht helfen! Macht! Wer hat Unterwäsche auf dem Esstisch? This bitch right here! Äh, deswegen zeige ich euch auch nicht, wie es bei mir zu Hause aussieht. Ah! Jaaaa! Auf meinem Esstisch liegt ein BH. Hier ist ein BH, warum auch immer. Theoristisch? Tero-Terroristisch? Terroris-Terroristisch? Terror-Sag mal. Theo-Terroristisch? Hä? Der ist da so? Ther-Terroristisch? Hä? Was denn jetzt los? Nein! Nein! Oh, nein! Nein! Das wird ja jetzt richtig bescheuert! Ah! Nein! Oh Mann! Jetzt bin ich befordert! Ich auch, ja! Toll, jetzt verdecke ich beide! Ja! Ja, Lost, der Name ist Programm, ne? Ah, Verbindung unterbrochen, was ist denn da los? Jetzt sieht das schrecklich aus vorne. Nein! Was müssen wir machen? Uns um Audioprobleme kümmern, weil Monsieur Windows sich gedacht hat, oh, nach dem Update möchte die großartige Frau Peruna bestimmt alles mal wieder neu einrichten, was so an Sound da ist. Das wär's doch! Mensch! Endlich mal wieder an die Audioeinstellungen gehen! So! Also, ich bin wirklich froh! Dankeschön! Dankeschön, Mr. Gates! Aber guck mal! Guck mal, Strese! Sie macht das schlau, ne? Sie, 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 sie macht hier Clips, ne? Für erfolgreiche, großartige Streamer wie uns. Und, äh... Hey, wer lacht denn da? Wer lacht da? Wer hat der jetzt gelacht? Wo wir gerade bei, bei, bei Wörtern waren, die man falsch lesen kann, ich hab mich grad gewundert, was ein E-Robert ist. Hä, ein elektrischer Robot? LOL! Loser bist halt Kacke, schreibt er. Er schreibt, ich bin Loser. Ich... Und das, das sagt Steppenwolf. Ich weiß nicht, jeder kennt Steppenwolf, Leute. Jeder! Wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Dann nehm ich die eine Socke und dann wird die halt auf links gedreht, also falsch rum. Und diese Socke kommt andersrum, nicht nach links gedreht, da drauf, sodass das so aussieht. Dann mach ich so. Und nun nehme ich diese Öffnung von der nach links gedrehten Socke und mach so. Und damit... Und wenn ich jetzt ne Socke will, weil automatisch beide auf richtig rum gedreht sind, kann ich einfach rausziehen. Und hab zwei auf richtig rum gedrehte Socken. Wenn hier draufstehen... Und das ist so leicht! Es ist so... Es ist so... Unfassbar! Leicht! Der Künsch wird unerträglich. Ich... Genna get a haa, ja? Ja? Hat nicht geklappt. Der war doch eindeutig nach links! Ich krieg den nicht hoch! Nun... Warum wird jetzt Toro zitiert? wir sehen uns heute abend wieder da starten wir dann mit horizons ob das gut geht oh shit machen wir einfach hier fest würde ich sagen die brücke ist unsichtbar einfach weiterlaufen du bist so ein arsch das machst du hast du dich bekleckert das ist mir aus dem Mund geflutscht direkt in meine Tasse ich spiele jetzt Light, wer spielt noch Light? ich spiele Light oh nein Lightwaffe was war das? was ist so weh? während seines Lebens ejakuliert ein Mann im Durchschnitt 7200 Mal das ist für mich einfach eine gute Woche ich konzentriere mich mal eben ok? ich konzentriere mich mal eben ok? ich konzentriere mich mal eben ok? guck mal meine Lanze ist ziemlich wichtig ja könnte größer sein weißt du dass deine Augen unter diesem Kapuzenmantel nicht wirklich zur Rettung kommen? du solltest eine andere Farbe überlegen wie wäre es zum Beispiel mit grün, lila, rosa, pink aber doch nicht schwarz hast du grad versucht mir Kompliment zu machen? nein nein ich bin nein ok ich hab schon fast halt so boah Montes Wein voll nett lieber lieber Monte vielen vielen Dank ich finde es voll gut dass du deinen eigenen Rotwein machst weil ich liebe Rotwein und äh auf deinen Nacken Digga du hörst so bekloppte Musik mit jeder Menge Dünft ohhhh das glaub ich grad nicht alter wie passt das bitte? eine Zunge mit hohem Drehmoment oh mein Gott ich hab grade oh 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 mein Gott so was brauch ich so was brauch ich Schaut euch mal diese Länge an ich weiß gar nicht wo ich den hinstecken soll mh ja mh mh oh mein Gott und in deinem Kleid äh das sind nicht die Eier die man als Weibchen austrägt du hast mich verarscht was zu ändern gut warte warte ok das hat nicht so ganz funktioniert wie ich mir dann ne ich komm mir nicht mal in die Couch wieder hoch Hilfe Hilfe hü- aah mach schon Körper funktioniere aah mein Körper ist doch nutzlos ich bin ja auch selber schuld ne ich bin ja auch selber schuld ne ich bin ja auch selber schuld was beschwere ich mich eigentlich das ist halt mein Vokuvak Vakubular Vokubu Vokabular Heilandsack da will ich einmal auf schlau machen nach der Sache mit Giz mich nicht an geht in der Clip mit Star ähm Citizen Star Citizen Star Citizen Was? K-Kitties Was ist das? Was ist das? Wat ist das? Ok wir gehen rein Waaah Waaah Volles Arschloch JET Bitte reicht bei Twitch Clips Germany nicht nur die ganzen perversen Clips ein ich will nicht dass es am Schluss heißt Ahhoaa ne da kennt ihr Frau Doktor Sommer von Twitch die Pixel Prinzessin die erzählt auch immer nur über Slacken und über Vögeln und über Pornos und über Sex die hat den Durchblick Also ich wollte eigentlich mir eine andere Expertise aufbauen, irgendwann in meinem Leben. Was ist denn los? So, ich hab Bock und ich bin motiviert, ich hab gute Laune, ich hab grad einen alten Mann verprügelt, wenn da nicht gute Laune aufkommt. Schreibt in den Kommentaren, wie euer Essen geworden ist. Ich hab auch einen Ticken mehr Soße gemacht. Soße! Soße, Entschuldigung. Wir haben jetzt schon so. Ich werd mal ganz schnell den Burger essen. Also, ja. Also kurz einen Augenblick, ja. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Ich hätte irgendwie auch gerne ne kleine Schlüssel. Ich wollte grad sagen, ich hätte auch gerne eine. Das ist mir aufgefallen, ich hab zwei Lul. Bin ein einziger Kind. Ja, ich auch. Äh, nein, ich doch nicht. Scheiße. Also, ich eigentlich. Mann. Ich call fake. Hallo, meine Freunde und herzlich willkommen bei Twitch Clips eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Unterhaltung geht. Rein in den Aal. Schön, schön sieht er aus. Ja. Schon mal gute Pose. Läuft sehr sicher. Sehr sicherer Work. Sehr sicherer Work. Willkommen hier auf Flip Floyd, eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es ums Verkehrswesen geht und wir schauen. Hast du dir ins Auge gestochen? I call fake. Noch einen zweiten, um den Kai wieder freischlagen zu können. Den, den ich hier rausgesucht habe, kann ich aber schon vergessen, weil der ist ja gammlig. Der hat hier irgendwie, keine Ahnung. Fährst du? Ach, scheiß drauf, Dinger. Was? Was? Abonniert Twitch Clips Ceremony! Jetzt! Abonniert Twitch Clips Ceremony! Abonniert Twitch Clips Ceremony! Bis zum nächsten Mal.